Guten Morgen YouTube und herzlich willkommen zum unstarwarsigsten Star Wars Space Kalender von und um Star Wars, ohne Ahnung von der Materie. Nummer 2. Das war so von euch gewünscht und los geht's. Ein interstellarer Staubsauger. Ha, der macht jeden Star Dreck weg. Und hier ist der passende Saubermann dazu. Hasta la vista, Schmutzpartikel. Das ist der neue Schmutzwingen Saubergleiter. Der Anti-Schmutzwingen ist genau mein Ding. Oh, was für eine Vorstellung. Baby, er sagt meine Favorite Saubermacher. Oh, danke. Was ist hier los? Und was machen Sie hier auf dem Planeten? Und warum braucht man eine Putzkolonne in einem Kriegsgebiet? Fragen über Fragen. Eventuell wissen ja die Zuschauer Bescheid. Das waren die ersten vier Türchen vom Kalender. Wie es wohl weitergeht, lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Und wer möchte, kann auch demnächst eine weitere Sprechrolle übernehmen. Vielleicht. Und wer weiß. Haben Sie corner weiter. Und wer 북한 stres. Wie wie gut das Wort. Wie das war kein Day Home. Der Aqui hier.